was halt das schöne jetzt an der aktion ist so was das schöne jetzt auf jeden fall an der aktion ist 12 dann machen wir hier mal wieder licht runter runter so wir sollten vielleicht wieder was essen 12 runter 12 runter runter so ich kann mir jetzt eigentlich auch nehmen kann man mit 6 sagen was das schöne an der aktion ist eben wie gesagt wir können zwar wirklich beliebig tief graben und wir können halt wirklich jede ebene später erkunden so wie wir lustig sind und das bringt uns dann halt wirklich einfach gewisse rohstoffe so genau ich will nicht in den abgrund fallen sind wir hier in den neuen bereich gekommen mit dem schwarzen so 1 2 3 runter runter und da können wir eigentlich hier schon wieder sagen schön wunderbar aber auf dem niveau gibt es einfach ganz viel viel mehr rohstoffe als auf dem oberen niveau also oben gibt es kohle okay klar aber so richtig viele sind es eigentlich nicht so aber schön wie man quasi immer wieder auf bereiche trifft bei dem man sagt wo so 1 2 3 und eine fackel rein so 1 2 3 runter runter zack 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 aber wie gesagt ausbauen können wir das ja nachher dann wenn wir hier ein bisschen was erreicht haben wobei ich ja eigentlich das was ich erreichen wollte das habe ich ja jetzt schon erreicht ich wollte ja unbedingt eine mies axt haben damit ich hier halt wirklich sinnvoll durchkommen 4 4 war es und dafür wollte ich quasi ja die rohstoffe dafür wollte ich eigentlich mich in die tiefe arbeiten weil es ging ja immer noch darum unseren rückzugsort mit dem brunnen äh besser auszubauen weil ich jetzt natürlich schon wieder so lauter coole sachen gefunden habe wo ich halt da stehe und denke ja nicht schlecht also da können wir uns auf jeden fall welche mit beschäftigen mit dem ganzen gezuppe so dann machen wir hier wieder eine fackel hin dann geht es hier wieder rüber und da geht es noch einen rein und dann geht es da wieder rüber zack 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 und dann können wir dich nochmal hier hoch machen so dann bis hier wieder so einer so wird eigentlich wieder mal zeit für einen neuen abschnitt oder oder fürs ende wie gesagt ich weiß nicht wie tief die maximale tiefe bei mein test ist die wird das würde mich eigentlich echt mal interessieren ähm das müssen wir aber jetzt nicht unbedingt jetzt gucken das kann ich ja wirklich irgendwann mal 2 3 und 4 so dann kannst du weg kannst du weg 1 2 3 und 4 so wir machen das jetzt einfach nur so lange bis wir auf irgendwas stoßen ich würde hier eigentlich schon fast wieder eine fackel hinhauen bis wir auf irgendwas stoßen oder ähm bis eben ich kein zeug mehr aufnehmen kann ich finde es aber schön wie man jetzt eben richtig auf rohstoffe stoßen und nicht dauernd auf dieses ähm ja wird es reichen wird es nicht reichen na 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 jetzt haben wir ja wirklich richtige rohstoffe hier also vergleichsweise zumindest wir müssen halt relativ weit unter die erde ok aber wir haben definitiv rohstoffe so licht zack und hier rüber zack 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 und hier eins zwei drei und zack und zack 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 Das hätte ich so nicht erwartet und dann haben wir wieder eine fackel an die wand und dann geht sie wieder runter und eins zwei drei na gut drei war es jetzt nicht aber fackel an die wand eins zwei drei runter, runter, zack, 1, 2, 3, runter, runter, 1, 2, 3, runter, runter und 1, 2, 3, dann hauen wir wieder eine Fackel an die Wand, runter und runter, 1, 2, 3, runter und runter, wie gesagt, das machen wir jetzt so lange, bis wir keine Spitzhacken mehr haben oder bis eben ein Inventar mit dem Gesteine voll ist, das kann ja auch passieren, boah, bin ich jetzt gerade ein bisschen erschrocken, weil er quasi den Stein nicht rechtzeitig nachgeladen hat, so, ich würde hier ganz gerne wieder eine Fackel hinhauen, ok, das ist auch schon wieder motivierend, ok, 1, 2, so, 2, 1, runter, ok, dann würde ich jetzt mich einfach mal wirklich ganz gerne austoben wollen und mal schauen, ok, es geht weiter nach oben, ich würde halt jetzt echt interessieren, wie groß dieses Feld ist und was dahinter ist, ok, so groß scheint das Feld nicht zu sein, wie gesagt, bei so Feldern kann es halt immer sein, dass es alles mögliche ist, ich kann jetzt auf irgendwas stoßen, was halt in der Luft hängt und dann plötzlich abwärts geht, oder ich kann auf irgendwas stoßen, was dann plötzlich zu Lava führt, oder ich kann auf irgendwas stoßen, was dann plötzlich irgendwas anderes macht, oder, 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 oder. So, dann setze ich hier mal eine Fackel hin, äh, sowas, ok, das war es schon wieder, das war einfach ein Schotterraum in-between, also einfach so ein Schotterraum zwischendrin, ok, dann machen wir jetzt hier einfach mal weiter, bis wir eben, wie gesagt, kein Zeug mehr haben, 1, ok, zack, runter, runter, 1, 2, 3, runter, runter, 1, 2, 3, runter, runter, und dann würde ich hier wieder eine Fackel hinhauen, 1, 2, 3, runter und runter, 1, 2, 3, runter und runter, 1, 2, 3, runter und runter, 1, 2, 3, runter, runter und runter, runter und runter, 1, 2, 3, hau mal wieder eine Fackel hin, runter und runter, 1, 2, 3, runter und runter, 1, 2, 3, runter und runter, und 1, 2, 3, runter und runter und runter, und 1, 2, 3 und runter und runter, und 1, 2, 3 und Fackel. Oh, und das müsste jetzt die letzte Spitzhacke sein, oder? Wenn ich das richtig gezählt habe, so Pi mal Daumen in meinem Kopf, blablabla, müsste das die letzte Spitzhacke gewesen sein. Wir werden es rausfinden. Also, das ohnehin. Aber ja. Zack, zack, zack. Runter, runter. Und zack, zack und zack. So, Fackel. Spitzhacke, Spitzhacke. Spitzhacke, Spitzhacke, Spitzhacke. Runter und runter. Alles Sympathische an dem Graben in diese Richtung. Ich habe das Gefühl, irgendwie, das Graben in die andere Richtung gibt mir, wie sagt man das? Mehr Gezuppe. Also, mehr Höhlen. Zwei, drei. Na komm. Ja, das war halt ein Rohstoff, deswegen. Zwei, drei. Runter und runter. Runter. Und das war's. Schön. Ich hätte gedacht, mein Inventar wird vorher voll. Aber natürlich, ich meine, klar, es gibt jetzt mehr, mehr Felder, die ich halt befülle. Aber wenn wir schon dabei sind, du. Zwei, drei. So, dann machen wir das einmal, zweimal, dreimal. Machen wir die auch noch weg, oder? Also, da wollte ich jetzt hin. Dann wollte ich den reinschieben, den reinschieben, den reinschieben. ein runter, noch ein runter. Da rein, da rein, da rein, ein runter, ein runter, und da rein, da rein, da rein, Licht, Spitzhacke, runter, runter, da rein, da rein, da rein,